Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier Dr. Robert Kasten, Facharzt für Dermatologie in Mainz. Heute geht es um einen verrückten neuen Trend in den sozialen Medien, in TikTok zum Beispiel. Und zwar haben dort einige Leute darüber berichtet, dass sie sich mit Bier nass machen, in Bier duschen, um dann schneller zu bräunen. Und wir werden heute in diesem Video besprechen, ob das überhaupt möglich ist und welche Risiken mit so einem Verhalten einhergehen können. Als Dermatologe denkt man sich, okay, was ist das für ein Unsinn? Denn eigentlich sollte sich ja herumgesprochen haben, dass man möglichst langsam bräunt, damit die Haut nicht überfordert wird. Die Bräune stellt ja auch immer eine Reaktion dar unserer Haut auf die UV-Strahlung. Durch das Melanin, die Bräune der Haut, wird ja die UV-Strahlung absorbiert. Und dadurch gelangt sie ja nicht in die tieferen Hautschichten oder weniger in die tieferen Hautschichten, um dort Schaden anzurichten. Ist es nun aber möglich, dass man mehr und schneller bräunt, wenn man sich mit Bier einschmiert oder sogar in Bier duscht? Prinzipiell ist es denkbar, denn in Bier sind mindestens zwei Substanzen enthalten, die dafür verantwortlich sein könnten. Zum einen findet sich in Bier die Aminosäure Tyrosin. Diese Aminosäure ist wichtig bei der Synthese, bei der Herstellung des Hautpigments, dem Melanin. Und zum anderen finden sich im Bier Geschmacksstoffe, die lichtempfindlich sind. Deshalb ist das Bier auch oft in braunen Flaschen abgepackt, damit es keinen Lichtgeschmack bekommt. So nennt man es nämlich, wenn der Geschmack durch Licht verändert wird, sodass es dann eben nicht mehr gut schmeckt. Und für diese Geschmacksstoffe ist vor allem auch der Hopfen verantwortlich, der Bestandteil des Bieres ist. Und wenn diese Geschmacksstoffe aus dem Hopfen mit Licht in Verbindung kommen, dann entstehen Radikale. Das sind Stoffe, die die Hautzellen angreifen können, die auch zu einer Veränderung der Erbsubstanz führen können und die einen deutlichen Stress in der Haut machen. Und die Haut, unsere Haut reagiert auf Stress, auch auf Umweltverschmutzung beispielsweise mit einer verstärkten Pigmentierung. Das heißt also, dieser zusätzliche Hautstress, den man mit diesen Radikalen auf die Haut bringt, der kann auch zu einer verstärkten Pigmentierung führen. Richtig wäre es allerdings, möglichst keine Radikale auf der Haut entstehen zu lassen, sondern im Gegenteil eher antioxidative Stoffe auf die Haut aufzubringen, die diese Radikale einfangen. Damit eben nicht später irgendwann aus solchen Schädigungen der Erbsubstanz dann ein Hautkrebs entsteht, beispielsweise ein heller Hautkrebs, aber auch ein schwarzer Hautkrebs. Diese Hautkrebsarten können manchmal erst nach Jahren oder Jahrzehnten auftreten und der schwarze Hautkrebs ist ja prinzipiell eine lebensgefährliche Erkrankung. Ich kann also nur davon abraten, dass man sich mit Bier duscht, um schneller braun zu werden. Davon abgesehen ist man wahrscheinlich dann auch ein Fliegenmagnet und es ist auch wahrscheinlich ziemlich klebrig auf der Haut und riecht möglicherweise auch unangenehm, also auch nicht richtig sozial kompatibel. Viele Grüße aus Mainz, euer Dr. Robert Karsten.